Innovation war schon immer die treibende Kraft in unserer Produktion. 60 Tonnen Stanzkraft, 14.000 Messer pro Rolle und 20 hydraulische Pressen produzieren jede einzelne Messerklinge. Die Klingen werden heute aus 95% recyceltem Stahl gestanzt. Mit Hilfe von abrasiven, pyramidenförmigen Keramiksteinchen werden die Klingen abgerundet. Diese Maschinen schleifen sie mit einer Genauigkeit von 0,02 mm. Zum Vergleich, ein Harm ist 0,06 mm. Jede Klinge wird geprägt. Unser eigenes Echtheitszertifikat und Qualitätssiegel. Die Klingen werden in große Öfen gelegt, die auf 1050 Grad Celsius erhitzt werden. Dies härtet die Klingen und stellt sicher, dass sie präzise schneiden und lange scharf bleiben. Der Präzisionsschliff gibt den endgültigen Feinschliff getestet und perfektioniert an Millionen von Victorinox-Klingen. Die ersten Taschenmesser, die an die Schweizer Armee geliefert wurden, waren robust, aber schwer. Darum entwickelte Karl Elsener I. 1897 ein leichteres, elegantes Modell. Dies war die Geburtsstunde des heutigen Offiziersmessers. Seitdem haben wir kontinuierlich an dem Original Schweizer Offiziersmesser gearbeitet. Heute gibt es über 400 verschiedene Modelle mit bis zu 80 Funktionen und über 110 Einzelteilen, je nach Modell. Über 1000 verschiedene Teile werden gelagert und stehen zur Montage bereit. Jeden Monat verlassen 13 Millionen Teile die Produktion. Unsere ikonischen roten Schalen beginnen ihr Leben als Granulat. Überdimensionierte große und lange Saugrohre transportieren das Granulat mit hohem Druck in die jeweiligen Spritzgießmaschinen. Dann wird das Granulat zu Schalen geschmolzen, die widerstandsfähig sind und einer lebenslangen Abnutzung standhalten. 8 Gramm Granulat wird benötigt, um die Schalen eines Messers zu erzeugen. In einer Vielzahl von Farben erhältlich tragen alle unser Cross-and-Shield-Logo. Die Maschinen setzen alle einzelnen Komponenten Schicht für Schicht zusammen. Dank hochmoderner Technologie produzieren wir rund 45.000 Taschenmesser pro Tag. Wegen unseres hohen Qualitätsanspruchs werden bestimmte Prozesse zusätzlich von Hand durchgeführt. Jedes Modell des Schweizer Taschenmessers umfasst eine andere Kombination von Werkzeugen, die mit Blick auf einen bestimmten Benutzer entwickelt wurden. Zu unseren klassischen Standardwerkzeugen gehören Klinge, Korkenzieher, Dosenöffner, Aale, Schraubenzieher und Flaschenöffner. Wenn alle Werkzeuge an ihrem Platz sind, bekommt das besser den finalen Touch. Schraubenzieher